Ja, wir gehen erst lang. Okay, zwischen den... Na, ich sterbe vielleicht eh. Nein, doch nicht. Glück gehabt. Dann wollen wir doch mal. Wir haben in der Zwischenzeit noch ein paar gute Punkte gefuttert. Wir haben einen Allesfresser-Saug-Russell. Aber der bringt uns... Hm. Das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Jetzt kann ich mir noch Stacheln kaufen, aber dann ist alles dunkel. Ja, so. Machen wir hier die zwei Augen. Machen wir klein. Wir haben ja jetzt festgestellt, dass das nicht so ganz funktioniert hat. Dann machen wir das lieber wieder so. Und warten dann, bis wir wieder 10 Punkte haben. Hätte nur eins mehr essen müssen. Na ja, was soll's. Hauptsache, wir überleben. Wie es der Name auch schon sagt. Survive. Ah, nein. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Das wird nicht gut. Ähm. Ja, wo sind denn hier... Wo ist denn hier das Angebot an... Okay. Das Angebot an Grünfraß ist im Moment ziemlich... Hm. Für den Arsch. Ähm. Lass mir doch mal ein bisschen Grünzeug hier. Wären ja nicht nur Fleischfresser groß, oder? Wollen ist es zwar, aber nicht das, was ich brauche. Ach, gib mir mal von Cakes. Jetzt schwimme ich hier die ganze Zeit schon ein bisschen mehr. Und finde immer noch da. Jetzt weiß ich, warum die immer so viel mit Futter so beschäftigt sind. Wenn man das einfach nicht findet. Aha. Oh, da gibt es jetzt ja noch die Blitzteile. Ah, muss man aufpassen. Muss man schnell erledigen. Sonst wird das nichts. Aha. Komplett alle Teile aus der Zellphase erwischt. Ah, wow, wow, wow. Jetzt habe ich ein Problem. Ich bin zwischen zwei Fleischfasern und Pflanzenfasern eingeklemmt. Und wurde gerade gefuttert. Wahrscheinlich gleichzeitig noch gegrillt. Ich weiß, ich bin mir gar nicht ganz sicher. Ähm. Ach, verdammt. Ich dachte, ich würde die Bind meinen Stacheln da beide einsammeln. Na, komm her. Ich vergifte dich ein bisschen. Macht bestimmt Spaß. Ähm. Hätte man denen nicht eine andere Farbe geben können als Grün, wenn man da schon mal Grün sucht. Na komm, wo sind denn hier jetzt mal irgendwas Grünes zum Futter? Nee, das braucht man doch gar nicht. Schock mal wen anders. Ah, meine Leute. Sehr interessant. Ähm. Da ist was zum Essen. Essen, 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 essen. Und wo haben wir noch mehr Essen? Na, nicht in diese Richtung. Hier ist nochmal... Irgendwelche Leute, die mich auffressen wollen, die ich gerade am Vergiften bin. Ach, shit. Ich dachte, wir müssen schon wieder essen. Immer diese... Ah, da. Essen, 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 essen. Ja, essen. Auf mich zu schocken. Ich wechsle alles zurück. Ich muss dafür noch nicht mal was machen. Sehr schön. Leer gefuttert. Ähm. Hm. Geht's hier weiter? Ah, ich wachse. Ah, wow, 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 wow. Jetzt ist gerade hier aber lang unter. Wow. Okay, ich bin tot. Vergiftet? Nee, wahrscheinlich eher vom Schock. Also vom Elektroschock. Ähm. Komisch. Wieso... Ach nee, ich krieg ja noch kein Gehirn. Stimmt ja. Ich krieg ja nur Wachstumsschübe. Da war was. Also. Wollen wir doch mal... Ähm. Hm. Noch mehr Stacheln. Klingt doch gut. Ähm. Ja. Klingt doch gut. Damit man mich nicht verletzen kann. Alles klein. Aber die Verteidigungswaffen groß. Ist doch ganz cool. Dann geht's mal weiter hier. Uff jetzt. Futtersuche. Wo bist du denn? Futter. Der hat mir gerade was gegessen. Das gibt's ja nicht. Komm, schock den mal zu. Der hat's verdient. Äh. Drei Mündern. Natürlich klasse. Hey. Hey. Hab ich da gerade noch geschockt? Schock wen anders. Nicht mich. Folg ich mal dem... Ah. Essen. 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 Sehr schön. Essen. Esst eurem Boss, ne? Das Futter weg. Braucht er noch. Hey. Hör auf. Verziehe ich von meinem Essen. Uff jetzt. Geh drauf. Oder was auch immer. Aber geh von meinem Essen weg. Und... Das letzte Stück. Ach, ne. Da ist noch was. Okay. Da ist noch nichts. Ach, hör auf mich zu schocken. Da ist was. Da ist was. Da ist was. Essen. 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 Ja. Es ist mir. Ähm. Wo haben wir denn noch was? Da läuft doch kleine Viecher, die mir eh nichts anhaben können. Ähm. Oh. Haben wir denn noch mehr Essen? Am Ende von diesem großen Strom könnte was sein. Prokieren wir es doch einfach mal. Und wie wir sehen, ist das ganz im... Ah, da ist Essen. Da ist Essen. Da ist Essen. Und ich könnte es sogar überleben. Ähm. Da ist auch was. Ey, nein, nein, nein. Nicht schocken. Nein. Da ist Essen. Da ist Essen. Da ist Essen. Verdammt. Äh. Äh. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Okay. Da ist Essen. Ganz viel. Och, komm. Wieso musst du ausgerechnet mich schocken? Es ist so viele andere hier. Ja, ich bin erwachsen. Dafür gibt es jetzt aber auch noch weniger Futter für mich. So, ein Mist aber auch. Oh, was ist das denn für eine Welle? Was ist das denn für eine Welle? Hm. Na? Ah, bin ich doch nochmal ein Stück gewachsen. Hey, warte. Nervensäge. So. Okay. Die kann ich jetzt schon mal. Schönes Gift. Immer sehr praktisch. Oh, da ist Essen, da ist Essen, da ist Essen, da ist Essen. Äh, jep. Meins. Ähm. Da ist auch noch Essen. Ich sehe es gerade. Ach, komm. Versau mir nicht mein Futter hier. Da irgendwo war auch noch was. Genau. Sehr schön. Da ist Essen. Was ist das? Was? Da ist Essen. Essen. Ah, war auch schon wieder weg. Ach, nervt sich nicht auf. Ihr habt doch bloß Hunger. Ähm. Okay. Essen. Essen. Überall finden Geburten statt. Ja, wir sind. Hm. Das heißt. Hey. Hm. Also, ähm. Ich versuche mich auszusaugen. Wenn ich jetzt mal was zu essen finden würde. Ich bin immer gut gefahren, wenn ich einem Strom gefolgt bin. Mach ich das mal wieder. Ähm. Der beschleunigt einen ja auch noch ein bisschen. Ähm. Na, das sieht fast aus, als würde er im Kreis gehen. Na. Oh Gott, der geht sogar im Kreis. Ist das jetzt dein Ernst? Und da ist was Grünes. Eins. Sehr schön. Mittlerweile einundzw... Ach nee. 21. Da kann ich nochmal ein wenig aufstocken. Ähm. Ich habe auch schon eine Idee. Ähm. Was wir machen können. Wir tauschen nämlich... Da machen wir was Kleines hin. Die machen wir dafür groß. Und jetzt haben wir noch... Antriebe für den Elektroschock haben wir nicht. Können wir noch einen Elektroschock dran packen. Ah, können wir mal machen. Wird schon. Ich meine, immerhin habe ich jetzt Gift und Strom, um mich zu verteidigen. Das sollte fürs Erste reichen. Und der Stachel vorne. Da muss ich eben ein bisschen gucken, dass ich da was richtig anpeile. Hehehe. Vorbeischwimmen geschockt. Ähm. So, machen wir uns mal Essen. Ah, ist Essen. Da ist Essen. Sehr schön. Hey, 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 hey. Das haben wir... So haben wir nicht gewettet. Hier. Gehen, Dickie. Das ist mein Essen. Ups. Ah gut, da muss man ein bisschen aufpassen. Wenn man irgendwie an anderen dran vorbeischwimmt. Das... Okay, jetzt kann ich von hinten gebissen sein. Da muss ich drauf achten. Ach, wo ist denn hier noch mehr Futter? Ist der Stachel vorne schief? Ach du Gott, sitzt der schief. Ist ja echt abartig. Ähm. Essen bräuchte ich. Immer noch. Essen. 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 Eis, Gift und tote Viecher. Na ja. Was soll ich? Ich suche trotzdem weiter Essen. Aber blöderweise... Finde ich jetzt ernsthaft hier nichts. Dann folge ich mal wieder einem... Nein, 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 nein. Das ist mir... Ja, das ist mir sehr schön. Hebe auf. Viel Fraß. Oh Gott, hier wurden gerade erbrochen und sind schon so... Okay, ich brauche mehr die Verteidigung. Da ist was zu essen. Ich glaube es ja nicht. Ich wurde direkt neben Essen geboren. Das ist natürlich schön. Das ist natürlich schön. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der letzte Happen, damit ich mich weiterentwickeln kann. Und damit ist das Ganze hier schon fertig. Na komm, hopp, auf, auf. Da ist Essen, da ist Essen, da ist Essen. Das ist Essen, mein Essen. Und... Brain. Nicht sehr viel, aber Brain. Ähm, Glückwunsch. Du bist auf dem besten Weg, ein Bewusstsein zu entwickeln. So, gehen wir an Land. Eine, wow, sehr grüne Phase. All over green. Äh, ja. Nächste Phase. Jetzt wird das nochmal einmal abgespielt. Aluminiumzelle meistert die Zen-Phase in Schwierigkeitsgrad schwer. Okay. Damit komme ich klar. Okay, jetzt haben wir Landung. Schließen die Zen-Phase ab und besiegt die Oberfläche des Planeten. Das ist auch schon eine Auszeichnung. Naja, so, dann verkaufen wir das auch nochmal. Und, was haben wir hier? Können wir auch verkaufen. Ähm, theoretisch das auch. Huch. Dann kommen hier jetzt erstmal Füßchen dran. Das hier... Machen wir erstmal so. Dann machen wir das mal ein bisschen schmaler. Nein, das. Ein bisschen schmaler machen. Genau. Was haben wir hier noch? Ah, ja. Die Waffen. Was haben wir hier? Beißen, singen, beißen, singen, beißen, singen. Wo auch immer die sein sollen. Ich sehe sie nicht. Ah, nee, warte. Okay, ich muss sie dran setzen. Und dann... Okay, sie sind durchsichtig. Das ist sehr merkwürdig. Anscheinend... Stimmt da was nicht? Sprinten, springen, schleichen. Sprinten. Das wäre doch schon mal... Ganz gut. Wenn man sprinten könnte. Sehen können wir ja. Ähm... Brauchen wir mehr? Irgendwie gerade nicht, oder? Bezaubern. Das ist noch was, was wir brauchen können. Machen wir aber kleiner. Ähm... Singen und bezaubern. Das reicht für das Erste. Jetzt habe ich ja noch... Hm, gut. Arme habe ich jetzt auch noch nicht. Vielleicht...